Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge StarCraft 2 und so mit mir, dem Steve und ja Wings of Liberty natürlich Wir waren hier bei den Matschel Kumpels und irgendwie bin ich zu faul, der ist zur Lage, dass ich nicht gemacht habe So, wir sind immer noch in Erinnerung von... Was hieß er? Seratür Und, naja, wir stillen uns hier mal durch So, erste Brutstätte haben wir weggemacht, 3 soll es geben, also vernichten wir auch 3 Ähm, da, gib ihm Der zweite Teil der Prophezeiung Meine Aufgabe ist fast vollendet Ich bin schade, wenn die uns noch mehr auf den Sack gehen als bis jetzt Finde ich uncool Junge, du machst dir nicht gerade viel Freunde Aber unsere Leute sind geheilt, das ist super, das gefällt mir Deine Hoffnung ist nur Täuschung Ja, 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 vielleicht die Klampe Ja 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 Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten Einen nach dem anderen Sonst riskieren wir Hier Einer Übermacht gegenüber zu stehen Ja, jetzt entspann ich doch mal, ich hab's kapiert Ja Einen nach dem anderen sagst du Mach mal da Ja So ungefähr Ja Wir müssen handeln Okay Hatte ich mir auch mal lassen Das passiert halt, wenn man nicht warten kann Aber okay So So Es gibt viel zu rechtfertigen Die Stalker müssen nicht überall mit hinkommen Weil Ich bringe euren Untergang Weil Diese Rom-Dinger hier Diese Schleimpimmel Die sind Die sind echt böse Die können ganz schön Aua machen Und deswegen Ja Ich werde erlösen So Euch gehört meine Ergebnisse Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben Hetzer Erledigt sie aus der Entfernung Ich werde meine Bestimmung erfüllen Weiter So Oh Gott Ah 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 Das wollte ich doch gar nicht so Ah 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 Was haben meine Einheiten mit meinen Typen gebloppt? Das ist echt uncool. Das läuft ja alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das beginnt hier nicht gerade. Schön. Was denn? Was? Stachelkrabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Okay. Schwer, meine Börse. Echt jetzt? Im Dienste Arjus. Ehre den Erdenboden. Scheiße. Was ist euer Wicke? Ich werde... Ihr seid auf mich angewiesen. Der... Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. So. Da sollen noch zwei Brutstätten irgendwo sein. Wo sollen die denn sein? Ich werde Erlösung finden. Das ist eine leicht trostlose Welt, auch wenn ich etwas Besonderes habe. Aber... Was geht so aus? Alter. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Ach so, wo ich da vorangehe, natürlich. Alter, jetzt habe ich hier so viele Einheiten, das überfordert mich fast etwas. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Seratu, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Ja. Hör euch, das geht einfach. Okay. Vernichte diese Nydos-Würmer. Sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Schwer. Seratu hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor. Hat da was hier alles aus der Erde gekochen kommt? Nein, nein, unsere Kameraden. Alle tot. Moment, Moment, Moment. Wir gucken jetzt einmal hier, weil... Es soll angeblich noch Brutstäblich... ...ich werde Erlösung finden. Gibt es hier oben irgendwas? Sogt das, Salok. Ist doch gewusst, da geht es noch irgendwo an. Wir dürfen nicht zahlen. So, die Ehre gebieten. Die Königin der Klingen will diese Welt mit ihrer Brutstätte pervertieren. Ich muss sie zerstören. So, dann musst du jetzt erstmal hier hin. Dann... Scheiße, davon gibt es zwei. Wieso? Na, na. Was ist euer Begehr? Wir lachen gut. Die Schauszak macht mich nicht mehr. Kalt ist die Fähre. Ja gut, das... Okay, helfen erstmal hier bitte. Nein, 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 äh... Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, fast ich bin bei Torte. Ich will aber diese Brutstätten auch wegmachen. Ist das Zerkfork? Ich hab Zerkfork schon brauchen wir mehr. Oh Gott. Ah, es sind zu viele. Macht's weg. Oh Mann, der 1 Stalker geht weg. Hester, verdammt mal. Ich komm hier mit dem Arm nicht mehr richtig rein. Meine Würde. Jetzt frag ich mich nur gerade, wo... ...die andere Dings gewesen sein soll. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir werden jetzt erstmal gucken. Leere den Erstgeborenen. Weil... Im Dienste Arjurz. Muss der weiter? Irgendwohin müssen wir noch freigelaufen sein. Oder? Hier ging's weiter. Sind wir hier lang? Bla bla, hier hoch. Dann ging's so. Dann ist hier... Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich bin jetzt sicher, eine Brutstätte muss es dort nochmal vorgeben. Ich kann mir schon vorstellen, Frau. Ich kann mir schon vorstellen, Frau. Ich kann mir schon vorstellen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Wir sind eins mit den Schatten. Handtokal. Mach mal das Projekt. Na ganz ehrlich. Das ist aber machbar. Wir bleiben. Es ist vollbracht. Kerrigans Brotstätten sind alle zerstört. Es besteht noch Hoffnung für diese Welt. Wie ihr befehlt. Geht schon mal nach da. Schossack Mock Null ist schon fertig. Dann kannst du ja schreien. Geht das du theoretisch auch darüber? Such das Salok. Ehre den Erstgeborenen. Ah ja. Geht hier rüber. Setz nach der Allathe. Im Dienste Arjuas. Danke. Was ist euer Begehr? Ganz wie ihr wirst. Ja, ihr geht da schön hoch. Hat eine schöne Aussicht. Und auf dich warten wir. Du hast auch brav überlebt. Das finden wir ganz super. Finale Schlacht haben wir auch überlebt. Ey, yo. Yo. Ich werde Erlösung finden. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klinge diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Ceratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Ceratul. Die Zukunft hängt davon ab. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Ajur wird wieder auferstehen. Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Natürlich. Nicht sagen. Renaudin, Rasha-Gal. Wir müssen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Glaube ich wird das jetzt ein bisschen eng. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Heiße. B, 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 B. B, 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 B. Beeilung. Oh Gott, ich werde schlafen, sonst komme ich nicht mehr weg. Oh, anstatt ich gleich da hochgehe, Alter. Ganz ehrlich, ey. Ach, denn da ist am Ende so ein Stress. Fick dich, ey. Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Die Katze können nicht überleben. Ich werde wieder hergestellten. So wie die Brüderkarte sind. Jupp. Schreckt den Götz. Jetzt meinen. Ach Gott. Zucht das Salon. E-Fach. Euch gehört meine Ergebnisse. Ajuur wird wieder auferstehen. Es gibt viel zu rechts ein Problem. Ich bringe euren Unzeit an. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Boah, Alter. In Nahut ist er rasch angehalten. Oh, das ist echt ne Klappangelängheit. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sarkul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Ah, Hetzel, Hetzel. Ja, klar, ich ne. Boah. Oh, Mann, ey. Aber es ist was, viel Stress am Ende. Labor der Hyperion. Henson, das ist was Ressort. Du hast sehr lange in diesen Pothos-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst. Ich könnte einen oder zwei Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Das war die Voraussetzungen, wir haben ja hier ein paar Sachen erreicht. So, Anti-Infanterie, Spezialeinheit mit mächtigen Flächenangriff. Hört, hört mich voll an. Massives Transportschiff. Kannst du in einer beinahe Augenblick ich abladen. Naja. Hm. Ich bin dafür. Wie sieht das andere aus? So aus. Hat natürlich auch Style. Wie sieht das andere aus? Ich denke, wie viele Erheiten da reinpassen. Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Aha. Ich kann mich nicht anschauen. Ne, komm. Predator. So. So, und der Pate ist rum. Äh, so. Dann bedanke ich mich erstmal wieder herzlich fürs Gucken. Die Zeit vergeht so schnell und ich werde irgendwie müde. Muss auch noch voll viel machen. Na gut, egal. Krass drauf. Ich bedanke mich trotzdem fürs Gucken. Auf euch hat es wieder so ein bisschen gefallen. Ähm. Ja. Lasst durch einen Kommentar da. Däumchen wäre auch ganz schön. Wenn nicht, ist auch okay. Und. Ja. Dann freue ich mich, wenn ihr jetzt nichts für euch mit dabei seid. Haut da rein. Au revoir. Oh, Leute. Oh, Leute.